er steht genau neben mir ich will nicht mehr ich will nicht mehr warum denn wohl wie vorhin da steht du wirst gejagt drehe mich um steht da neben mir ist immer bei mir du hast das glaube ich gar nicht gehabt ich glaube die sponte geführt auf 20 kilometern ich werde schon wieder gejagt wo er kommt ja so kommt ich verschreibe mich diesmal nicht diesmal zeige ich große eier wo er was man muss ihr seid zwar alle nicht krampus aber schießt sich auch deine mutter der hohen sohn was denn ok ich habe zwar diesmal nicht bekommen die nachricht du wirst gejagt aber er stand neben mir und ist er mir vorbeigejoggt also joggen kann dieser teufelskerl definitiv das wahrscheinlich sportlicher als ich im sportunterricht nein nein granate das ist einer das ist einer und er hat noch voll viel leben was los mit ihnen was wir versteckt hatte ich noch nicht er kommen granate und pass hat sie tot perfekt das timing oh man das ist einer dieser gründe warum ich diese karte hatte diese karte ist einfach zu einfach um kids zu machen oh ich kriege gleich einen ständer für aggression das problem ist dahinter ist ja nicht mal gelogen ich hatte wirklich schon mal einen ständer weil ich ausgerastet bin ich weiß komisches thema aber da muss man auch immer durch gut fünf abschlüsse wieder jetzt darf nur nicht kokosnuss kommen wieder wieder noch meist ja immer kokosnussmilch immer immer boah ich hab schon bombe halt da noch zwei kids auf die juggernaut endlich sorry flammennaut ist ja jetzt kein juggernaut mehr jetzt spritzt er ja keine kugel mehr sondern flammen irgendwie noch kommt ihr mit ihnen irgendwie noch ja okay ab flammennaut macht eigentlich gar keinen sinn jetzt habe ich flammennaut und habe schon meinen feld ausrüstung eingesetzt damit meine punkte serien gespeichert bleiben und dann ist die runde zu Ende willst du mich verarschen ach so n drecke ey wirklich genau wenn ich alles habe runde denkt sich du ich wollte das jetzt nicht sagen nicht dass du gemeint bist also nicht dass du denkst dass du meinst das mein deutsch ist schon wieder beste nicht dass du denkst du meinst genau so ich formulieren sagt noch mal nicht dass du denkst dass ich dich mein so 14 abschüsse boah hätte noch einer gefehlt hätte ich endlich mal die hälfte von nuklear gehabt die hälfte die wären da bestimmt gnadenlos gewesen oder ja doch schon ich habe schon wieder 2.000 cp punkte wie viele kriege ich denn noch 100 200 300 400 500 also mit 2.500 komme ich raus boah ich mache sogar verdammt 4 plus 300 100 300 400 500 100 500 500 500 500 500 500 500 300 500 es ist immer dasselbe abknallen überleben oder gleichen karten immer nur auf den style der zeit und die waffen die alle hier drin sind waren ja auch schon im bw 2 drin so ist es nicht also ist nichts neues drin und mein lieblings cod ist immer noch black ops 2 aber ich vor den guten start gehabt also so richtig guten start alter was na los vier kids ohne zu sterben und darauf shipment wo immer die ganzen hohen zone kämpfen krampus kommt mich holen da will mit mir in die flitter wochen das hinter mir genau ist genau hinter mir wird mir helfen also ich bin hinter dir und erst hinter mir ich bin nicht wieder wie liegt mein charakter da an der wand alles gut alles gut ich bin es gewohnt dass ich mit ferkel spiele zwar nicht so gemeint sollte eigentlich lustig gemeint sein ja endlich die zeit ist nach die da in container saßen die habe ich alle geholt schon wieder die haben aber auch nicht die haben nichts besseres zu tun als in container zu sitzen hallo das ist cod so muss es laufen ja ich war schon ganz ruhig schuld entschuldigung ich halte die klappe ich halte die klappe was also zu trinken ist nicht gerade schlau äh hinter dir hat er geht auf mich oder was nee wie wurde gerade gesagt er will ja auf mich komisch wir kontrollieren die sperrung 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 am míd der die möchte trinken was möchte dir denn er sagte und eine flasche mit pirzwasser drin ist denn eine grüne Browser irgendwie ein codewort für alkohol Aber währenddessen seine Kinder da sind und man zockt, ist das nicht gut abzufüllen. Seht mich irgendjemanden namens Swiss Army in seinen Sch... Jetzt hat mich irgendjemand in seine dreckige Party eingeladen, der einfach Swiss Army heißt. Danke, wenn ich Bock auf die Party habe, sage ich den Typen schon. Ich war aber die letzten zwei Wochen schon auf genug Partys. Dankeschön. Auch wenn ich immer noch weiter geschossen habe, weil mein Gehirn erst zu später mitgekriegt hat. Aber... Ich kriege keinen Alkohol. Was auf den Tisch kommt wird ja essen. Ich bin eh ein Vielfraß, ich esse alles, was mir in den Sinn kommt. Stress mit seiner E-Frau ist gar nicht gut. Ihr seid doch verheiratet. Geile Kindheit, Alter. Buchstaben-Nudeln, Alter. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Dass es die Dinger noch gibt. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr Capri-Sonne, sondern Capri-Sonne. Ja. Deswegen ging ich ruhig auch dieses Capri-Sun oder so, wie es da heißt. Sondern ich sage immer noch da so eine Sonne zu, weil ich es einfach so kennengelernt habe. Und dann aber diese ganzen, ich sag mal Schlaumeier, die sagen es heißt Capri-Sun. Ja, oder? Die können mich am Arsch lecken, ich sage so, wie ich es möchte. Ist genauso, wie ich es nicht zu Bridget Semmel sage. Gib mir mal was. Okay. Okay. Oh. Ja, oder? Manchmal regt mich das auch, wenn Leute sagen, sie wollen einen Berliner. Du kennst doch diese Pfannkuchen, oder? Kennst du die? Hm, wenn die das dann sagen, gib mir mal einen Berliner und so. Und dann auf einmal hier kommen sie mit Krapfen oder so um die Ecke. Okay. Ich bin der Beste, einfach der Runde. Ich bin einfach besser als die alle. Halt's Maul, Mann. Ich bin einfach viel zu gut für euch. Gib's doch einfach zu. Ja. Ich weiß, ich bin Angeber, aber. Ja, guck auf jeden Fall das Mehrfachabschluss. Ich habe am meisten gemacht hier. Guck dir den Punktescore an, der sagt dir schon, wer ihn am meisten getan hat. Warum ist denn der MVP? Was hat denn der getan? Gifhunter. Was sind das für ein Lappen, ey? So ein asozialer Bastard dieser Typ. Ich mache hier die ganze Karte für die Freie, Alter. Die können das schon einnehmen. Nö. Ich hatte voll meinen Lauf. Ja. 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 Ja.